Moin Leute, herzlich willkommen zu einer breiten neuen Folge von Wobbly Life. Zusammen mit mir, dem kleinen süßen Wobbly Life, mit den coolen Sprungschuhen und... Maxi! Maxi-Fei! Der kommt was an, Hart, aber ich komm schon, oh no. Ja, warte, kein Problem. Maxi-Fei, wir verwandeln uns heute in Affen, wenn alles klappt. Affen sind cool. Denn wir finden eine geheime Hühle, die man nur betreten darf, wenn man ein Affe ist. Wow. Bist du ja? Bist du gerne ein Affe? Ich bin gerne ein Affe. Uhu, Affen. Ja, wir sind ja auch, also Affen sind ja unsere Vor... Geschwister. Geschwister, ja. Schick siehst du aus. Schöne Hose, ist es Leder? Ja. Tipptopp. So, ist gerade ein bisschen laut hier, kein Problem. So, wir müssen in die Stadt und dort ist angeblich so ein Typ, der uns sein Affenkostüm schenkt. Beim Fernsehsender. Ich hoffe einfach, dass es klappt so, weil es wurde mir gezwitschert, dass das funktioniert. So, dann müssen wir auch heute einmal mit dem Flugzeug fliegen. So, hier längs. Ja, Flugzeug gut. Aber du hast keine Garantie, das ist nicht gut. Doch, doch, du musst ja nur bei mir einsteigen, weil ich bin ein sehr guter Pilot. Weiß ich nicht. Doch, ist so. Ja, da steht er. Hallo. Nein, aber er hat das Ding nicht über dem Kopf. Oh oh. Nein. Wir können nicht mit ihm reden. Nein, wieso macht er diesen? Vielleicht, warte, vielleicht müssen wir zuerst zur Höhle und dann wird das freigeschaltet. Okay, kann gucken. Ja, 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 okay. Warte, dann gehen wir erstmal hier hin, weil dann brauchen wir einen fliegenden Untersatz. Fliegen. So, komm rein. Oh, mein Lieblingsflugauto. Wir sehen schon kaum. Nein, 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 nein. Ich fahr vor wirklich vorsichtig. Guck. Ja. Jetzt kannst du aussteigen. Das hat sich ja vorgelohnt. Ja, natürlich. Der ist sich immer am beschweren, Mann. Das stimmt gar nicht. Doch, immer kriege ich Ärger von dir. Oh, du bist, du stinkst. Dusch mal einmal in der Woche. Doch, du hast gesagt, ich riech wirklich ein bisschen. Aber bei mir ist es heute auch wahnsinnig warm. Also ich bin richtig am Schwitzen. Ich habe nämlich eine wunderbare weitere Folge Paluten Tested Mods. Eieiei, da war es schwitzig. Es ist viel in die Luft geflogen. So, wir müssen hier auf diese geheime Insel. Hier gibt es auch angeblich ein Dinosaurier-Kostüm. Äh, nee, ein Haustier. So, warte. Vorsichtig. Noch nicht rausspringen, noch nicht rausspringen. Hier, glaube ich, die Höhle. Ja, genau. Hier geht es jetzt rein. Nee, warte. Hier müssen wir jetzt... Au! Ich bin auf der Banane ausgerutscht. Ah, ich weiß, was du meinst. So, genau. Da. Äh, Expeditions-Notes. Tag 45. Äh, ich denke, die Tür wird sich nur öffnen für Gorillas. Und jetzt brauchen wir halt das Gorilla-Kostüm. Da! Perhaps eine TV-Serie. Ja! Okay, okay, okay. Das sollte das auf jeden Fall freischalten. Man rutscht auf den Bananen ja aus. Ja, lauf mal drüber. Lauf mal drüber. Brauchst du einen Paläkopter? Ja. So, du darfst fliegen. Oh, klar. Ich kann das gut. Ja. Bring uns einmal zurück zum, ähm... Na klar. Gebäude. Oben in den Schneewipfeln muss angeblich auch noch eine Höhle sein. Die haben da echt ordentlich was. Die Yetis, oder? Ja, kann sein. Weiß ich nicht. Angeblich ist dort jemand im ewigen Eis eingefroren. Warum wackelt das denn so? Ja, weil du wackelst. Ähm, genau. Da vorne bei WTV. Runter. Runter. Maxi-Fei, runter! Ich versuch's ja! Oh Gott, du machst mir richtig... Vorsicht! Aufschluss! Nein! Nein! Ich verkeh' auf sich! Au! Ich bin da! So? Ja, nee. Aber ich... Wie viel bist du nach hinten gelandet? Weiß nicht. Irgendwie gab's ne fetter Explosion. Und dabei wurde ich nach hier hinten katapultiert. So, aber ich komm mit meinem Dreirad. Auf jeden Fall über den Affen ist ein Stern. Ich warte hier vor noch nicht. Ja. Fall bitte nicht in mich rein. Nein, will ich niemals tun. Nein, auf keinen Fall. Junge, ich hänge hier drin. Ja, ich hoffe, ich habe ihn bloß weiter drin hängen. Mein Arm! Gerade den Arm zieh' ich da durch jetzt. Nee, aua! Hä? Kannst du... Warte. Ja, danke. So. Und jetzt? Ja, er will auf die Show, aber niemand will jemanden, der als Affe verkleidet ist. Ja, das verstehe ich. Deswegen gib uns bitte... Ja, ich hätte das ganz gerne. Ja, sehr nice. Ja! Wir sind Affen! Ja! Wer hat die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss geklaut? Nee, aber so kann ich keinen Doppelsprung mehr machen. Gibt's noch Affen-Lieder? Die ganzen Affen-Bande. Du hast, Affen-Alarm. Zieh die Stimme raus und fass gut auf. Was? Kennst du das nicht? Die Werbung? Mit den Stäben und den Affen-Ding... Alter, wir sind so cool. Guck mal, wie wir aussehen. Alter, richtige Affen-Bande. So, jetzt sollte der große Affen-Gott uns hoffentlich reinlassen. Halt die ganze Affen-Bande. Bande brünt. Copyright! 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 Copystrike! Copyright! 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 Warte! Und... Oh nee, warte mal... Rausspringen? Nee, 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 nee. Rausspringen? Warte, 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 warte! Und... Ja, raus, 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 raus! Bist du noch da? Ja, es geht auf! Alter... We made it, we made it! Looks like we made it! Alter, deine Mutter! Alter, Papa! Was? Ich king of the jungle! Mein Bauch grummelt! Auf dem Hill nördlich von hier ist mein Lieblingsbaum! Gib mir die tollen Früchte! Okay, ja! Ähm... Okay, wir geben ihm die Früchte! Okay! Au, au! Okay, nördlich von hier! Okay! Ich weiß nicht, wo Norden ist! Okay, ich seh's auf der Karte aus dem Pfeil! Ah, ja! Ey, da wo der Stern ist wahrscheinlich! Kann das sein? Oh, ja! Das ist... Du bist schlau! Du hast bestimmt studiert! Ja! Ich bau's hier immer ab! Ich hab Französisch studiert! Oh, ja! Das glaube ich gern! Er hat ihn gefunden! Ah, ja! Und was müssen wir jetzt machen? Müssen wir ihn schütteln? Schütteln? Klettern? Ist das denn wirklich? Weiß ich nicht! Komm los! Äh! Äh! Nein! Warte! Ich helf dir! Hä? Ah, hier ist ein X! Ah, warte! 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 Da vorne lag auch eine Schaufel! Oh, okay! Ich will mit schaufeln! Aua! Nur einer darf anscheinend schaufeln! Ne, aber die Schaufel... Die kann man nicht nehmen! Warte mal! Vielleicht bin ich der Auserwählte! Excalibur! Ne, schade! Brudi, du musst uns... Ich mein Affen? Äh, ja, ich mein Affen! Aua! Oh, Alter! Ja, du bist King of the Jungle! Ja! Guck mal! Hui! Ja! Okay! Müsst du vielleicht mit dem Auto gegenfahren, oder? Nee! Kaputt machen? Aua! Ah, warte mal! Der Stern... Okay, warte! Nein, nein, nein! Der Stern ist von dem Gorilla! Ach so! Ah, jetzt... Okay, ich bin doch nicht smart! Das sind auch einfach nur random! Er hat ja auch gesagt, auf dem Hill nördlich, vielleicht da drüben... Juhu! Kommen wir hin! Nein! Jaaaa! Aua! Wir laufen einfach nach Norden, hier lang! Ja, aber... Vertrauen, ich hab ne Affennase! Okay, das glaube ich! Du stinkst auch wie ein Affe! Ja! Warum weißt du das? Ja, weil das bis hierhin riecht! Ach so! Du ekliger! Nimm ich mal ruckabach! Ich bin gerne eklig! Ja, kann da Öl drauf! Ja, sehr gut! Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wer hat die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist denn... Glaubst du nicht, dass das hier rechts sein könnte? Ja, wir gehen jetzt hoch da hinten! Wir bräuchten ein Auto! Äh, ich bin mir... Ich hab hier einen Bananenbaum gefunden auf jeden Fall! Echt?! Ja! Und da sind Bananen? Da sind Bananen dran, ja! Ich hab immer an dich geglaubt! Ich habe nie an dir gezweifelt! Ja! Boah, du bist so klug! Ja, meine Affennase! Ich schüttel! Hey! Ja! Ja, sehr gut! Ich fahr auch eine! Geht nur eine? Ja! Hey! Das ist unfair! Lauf, 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 lauf! Oh! Das geht gar nicht nochmal! Doch, doch! Du musst nur doll genug schütteln! Du bist ein Lügner! Nein! Komm mit! Wir teilen die Banane! Du kriegst ein Stück! Ich krieg ein Stück! Und der Affenkönig! Kriegt auch einen! Oh Mann! Der Trottel wird niemals meine Banane bekommen! Der Affenkönig wird sehr stolz auf mich sein und mich reich belohnen! Hey! Das ist nicht fair! Ich hab den Bananenbaum gefunden! Das stimmt! Da bin ich dir auch sehr dankbar für! Vielleicht lässt er dich ins Tor rein und mich lässt er nicht rein! Ja! Ja! Es ist wie bei den Detektiv-Missionen! Ja! Ich seh es schon kommen! Ich hör ein Auto! Gib mir die Banane! Nein! Er hat nen Camper! Lauf, Paletto! Lauf! Gib mir die Banane! Ich komme! Nein! Nein! Ich rutsche! Papa, guck ich hab die Banane geholt! Das ist meine! Ich will ihn nicht! Ja! Das zählt jetzt für beide, oder? Ja! Yes! Du bist ein schlauer Wobbly! Und die Banane ist sehr geil! Das stimmt! Er hatte lange keine Banane mehr! Okay! Help me fix Banana Giver! Und er gibt uns einen großartigen... Was sollen wir machen? Das reparieren! Ah, da müssen wir rein! Oh, Alter! Ja, okay! Machen wir! Hier müssen wir rein! Ich komme! Oh, Alter! Cool! Ich darf sogar mit rein! Cool! Vorsicht! Bananen liegen auf dem Boden! Ja! Prima! Aufpassen! Oh! Wow! Okay! Wir brauchen zwei Zahnräder! Ah ja! Okay! Oh! Ich bin schon... Oh! Ich hab gar nichts gemacht! So! Wupp! Wupp! Oh! Habs! Und das muss... Ah ja! Vier sind es sogar insgesamt! Wupp! Wupp! Okay! Vorsicht! Wupp! Nein! Oh! Oh! Okay! Ich hab's gerade noch so geschafft! Ah ja! Sehr gut! Zack! Okay! Eins hab ich! Hier oben ist noch das zweite! Okay! Dann teilen wir uns einfach auf! Du holst erstmal... Die müssen alle nach oben, ne? Oh! Äh! Wie bitte? Die müssen ja... Die müssen alle nach oben! Ich leg's dir hier oben hin, okay? Okay! So! Ich bring das andere auch hoch! Zack! Teamarbeit nennt man das! Ja ja! Wir sind ein super Affenteam! Ja! Sehr nice! Dann hier rüber! Okay! Au! Nein! Oh Gott! Ich hab mich mit einem Arm festgehalten! Ich häng hier! Okay! Kannst du draus loslassen? Aua! Ab! Ab oben! Okay! Sehr gut! Moin! Oh nein! Äh! Achso! Lass los! Warte mal! Ich nehm einen! Du nimmst einen! Und dann haben wir's! Ah ne! Oh jetzt hab ich beide! Sorry! Ups! Ja warte! Okay! Zack! Nein! Ach komm! Ich hab den Weg freigemacht! Danke dir! Ja! Kein Ding! So! Einmal hier durch! Habs! Ich fall auch runter! Ja! Aber du hast es ja, hast du es drin? Ja! Ja! Sehr gut! Oh Gott! Das war doof! Egal! Ich muss so oder so hier längs! Oh! Oh Mann, Alter. Der wird uns so reich belohnen. Warum springst du nicht? Ich hätte dich gefangen. Nee, weil... Sorry, manchmal ist bei dir ein bisschen... Du bist sehr touchy. Okay, da gehst du ja auch schon hin. Nein, warte auf mich, Affenbruder! Ich sage Papa, ich habe alles alleine gemacht. Aua. Nein, warte. Moin. Ja! Bananen! Bananen! Du bist krasser Freund. Ja, jeder hat so viele Bananen. Ein toller Preis. Bananen? Hä? Ist das ein Auto? Ich kann sein. Was, wenn der Knopf drückt jetzt? Oh, guck mal, die Bananen runter. Wow. Guck mal. Geh mal runter, geh mal runter. Es regnet Bananen auf dich dann runter. Cool. Gehst du fast weg? Nee. Alle für ein und einer für alle? Ihr wisst... Nicht mit dem heißen Poller. Da unten! Hallo! Ja! Tschüss Maxify! Nein! Wir sehen uns in der Hölle! Oh, wieso da? Warte, ich habe Trick 17. Save and Exit. Ah, wow. Kiss mal. Play online. Host. World. Bananen Affenfreund. So. Und jetzt kann ich doch gucken, ob ich das Auto hier... Ist das ein Affenauto? Nee, es ist kein Affenauto. Junge, aber was hat er uns denn geschenkt? Was zum Anziehen? Leute, falls ihr eine Idee habt, was er uns da geschenkt hat, schreibt es in die Kommentare. Denn das war's mit der heutigen Folge. Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schaut unbedingt bei Maxify vorbei. Und habt alle noch einen traumhaften Tag. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein! Ciao, ciao! Bye! Bye!